Kunst kennt keine Epochen. Unter diesem Motto findet zum 13. Mal die Kunstmesse Highlights in den Räumen der Residenz München statt. Rund 50 Galeristen und Galeristinnen stellen auch in diesem Jahr wieder ihre Kunst aus, die zuvor von einer Fachjury ausgewählt wurde. Den Genres der Kunst sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Highlights umspannt eigentlich 3000 Jahre Kunstgeschichte, beziehungsweise in diesem Jahr von der Gotik bis zur zeitgenössischen Kunst. Wir zeigen Porzellan, Silber, Gemälde Altermeister, viel klassische Moderne, Kunst des 19. Jahrhunderts, Kunst des 20. Jahrhunderts, zeitgenössische Kunst, Fotografie, Design, also ich glaube für jeden ist etwas dabei, sowohl für den etwas kleineren Geldbeutel als auch für den großen Geldbeutel. In Deutschland ist die Highlights-Messe mittlerweile die einzige Kunstverkaufsshow in dieser Größenordnung. Dadurch sind auch viele internationale Gäste vor Ort. Wir merken, dass wie gesagt, dass sehr, sehr viele Kollegensammler aus ganz Deutschland und darüber hinaus auch kommen und die sind natürlich nicht nur auf der Highlights, also vielleicht ist das der große Anlass, aber die gehen natürlich auch in die Museen, die schauen sich große Ausstellungen an, die besuchen andere Galerien. Von daher glaube ich, dass wir ein Anziehungspunkt sind. Auch junge Künstlerinnen und Künstler sind auf der Highlights Kunstmesse vertreten. In der Sonderausstellung Highlights Ex-Wunderkunst trifft Malerei auf Technik. Durch eine App werden die Kunstwerke zum Leben erweckt. Die Vorfreude ist immer riesig, weil die Highlights eine ganz wunderbare Messe ist und wir haben hier mit dem Highlights Lab Wunderkunst seit letztem Jahr, jetzt heute das zweite Mal dabei sind und letztes Jahr großartig verkauft haben und damit auch eben den ganzen jungen Künstlern, die sie hier hinter mir sehen, eine Chance geben, sich mal auf einer Messe behaupten zu können, den Markt erproben zu können. Vom 20. bis zum 23. Oktober ist die Kunstmesse für Sammler und Kunstliebhaber geöffnet.